hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge super gleich der falsche knopf gedrückt das wollte ich eigentlich also wir gehen noch mal in die richtung da war das so schön da gehen wir rein so es gibt der island ja das können wir mal machen wenn wir zeit haben was ist mit diesem zombie los sieht uns der einfach nicht denn er sieht uns nicht so toter zombie denn nur ein guter ein guter zombie ist ein toter zombie so da waren wir drinnen in der hütte da vibriert ja noch was den habe ich nicht gesehen ein wenig stoff ein wenig stoff das kann gut sein auch der spuk doch ach verdammt also drei messer verbraucht endlich zum wagen ja plastik im wagen plastik im wagen super so der kröter drinnen so der hat aber wenig haut an sich kann man das kann man nicht ich weiß nicht ob ich zudem rein will jetzt blockt so wo sind wir denn eigentlich hier sind wir time chest okay da wäre doch noch eine nette hüte oder die handelbank das zeit holen wir uns da können wir auch laut sein das geht leider nicht so ist das so ein spucker da hinten nein nö ist er nicht mitnehmen nein nein auf die benzin fässer da hinten will ich nicht einschlagen der ist fies der spuckt dann wieder wir machen da mal auf jetzt blockt natürlich jetzt blockt das nicht mal mit die wäsche spinnen die hat sowieso keinen sinn hier mehr wunderbar wunderbar so kann man mal machen einfach mal die zombies vertrieben so wir holen uns hier holz ein bisschen holz ein noch mal holz wir brauchen ja auch fürs aufwerten der crowbar brauchen wir ja ohnehin noch holz so sind das kästen nicht 20 wir müssten echt langsam mal aufwerten so was haben wir da drin das ist schon voll okay wir schauen dass wir zurückkommen wir folgen einfach den leichen genau für folgende leichen faszinieren hallo und an dem laufen einfach vorbei so da rein mit dem zeug wunderbar so dann wieder zurück so wir haben nur noch ein wurfmesser hier der macht ganz böse geräusche ganz böse geräusche so ich glaube Ja, ich klopf mal an. Die kommt auch mit. So, da waren Sachen drin. Stoff. Yeah. Oh ja, die Heizung wollen wir auch mitnehmen. Das gibt gutes Eisen. Also die Spucker. Ohne Messer. Heftig, 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 heftig. So, Tür auf. Super duschen. Das will ich haben. Sehr gut. So, nehmen wir mit. Dann würde ich mal sagen, sind wir mit der Hütte hier fertig. Kann man das dann auch? Die hier? Ja, ich hätte gerne. Ja. Sehr gut. So, wir schauen mal. Hm. Wir könnten da noch in Süden. Da war dieses seltsame Monsterchen. Wir laufen da mal. Das kriege ich nicht. Kriege ich auch nicht. So, da ist der Spucker rausgekommen. Deswegen gehören uns die Sachen. Wunderbar, wunderbar. Die Sachen gehören uns. Da haben wir leider nichts. Gut, das nehmen wir auch gleich mit. Oh ja, und der Heizkörper, der gibt uns Eisen. So. Wunderbar. Wunderbar, das Eisen nehmen wir mit. Nur noch drei. So, hier. Na, die Duschen war schnell abgebaut. So. Grandalieren durch die Welt ziehen. Welch Traum. So. Ja. So, dann sind wir da fertig. Warum das? Probieren wir es nochmal in die Richtung. Da schlage ich nicht dagegen. Da geht es auch nicht weiter. Vielleicht kommen wir da. Da will ich hin. Da will ich hin. Hm. Eine Horde. Die Horde. Untot. Untot. Verdammt. Untot. So. Na ja, zumindest sind wir da. Still alive. Neat. So. Alles wieder einsammeln. Was für Haufen. So, die Horde hat uns erledigt. Na ja. So. Jetzt könnte man da nochmal. Na ja, jetzt gehen wir doch mal in die andere. Oder einmal noch. Einmal noch. Ich will den Gruseligen sehen. Ich will den Gruseligen sehen. Ich will den Gruseligen sehen. Hier sind wir. Ja. So. Hier. So. Was? Wo? Wo? So. Das bisschen Plastik ist auch eine gute Sache. Aber wir brauchen noch immer drei Barren. Hallo. 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 Auf was habe ich da geschlagen? Egal. Egal. Und da haben wir auch noch ein wenig Zeug. Da waren wir noch nicht drin. Weiter ist der Dicke. Also. Gut. Dicke ist der ja eher nicht. Alles mal zerstören, was da rumliegt. Sehr gut. So. Und noch ein wenig Eisen. Was brauchen wir? Zwei hätte ich gerne mehr. Zwei Eisen. Hier haben wir die Kaffeemaschine. Hier haben wir die Kaffeemaschine. Da wird wohl keiner mehr Kaffee trinken. Bam. So. Bücherregal. Nö. Schade. So. Wie sieht das hier aus? Ja. Der macht aber auch Lärm, der Dicke. Super. So. Der Sessel gehört uns. Das Telefon ist eh schon mal alt. Schade. Den Zettel hätte ich gerne gehabt. So. Sehr fein. Sehr fein. So. Wir gehen aufwerten. Einfach weil es geht. Und weil es gut ist. Und wichtig. So. So. Da da da. Da da da. Äh. So. Yeah. Oh, wir können ja auch eine Taschenlampe machen. Schauen wir mal. Ja, so. Invent and upgrade Gear. Das wollen wir haben. Nö. Hier. Choba. Was brauchen wir denn eigentlich dafür? Upgrade Effect. Add a new in. Oh. Da können wir ein. Ja gut, aber Fabrik haben wir sowieso nicht. Oh ja. Ein besseres Messer. Ein viel besseres Messer. Keep down. Hold. Ja. Sollten wir tun. Oh. Alles klar. Besseres Messer. Oh ja. Jetzt haben wir endlich mehr. Mehr Messer. Ja. 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 Invent and craft. Können wir da irgendwas machen? Oh. Die Taschenlampe. Die Taschenlampe. Ja. 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 So. Ja. 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 Okay. 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 System? Nö. So, dann gehen wir mal raus. Light up the darkness. Aber wie drehen wir die auf? Mit F? Nö. Achso, ist einfach so. Ah, jetzt haben wir so einen Halo. Ja, der ist okay, aber ich würde mal sagen, ja, nö. Ich würde sagen, wir nehmen den Blutbeutel. Weiterhin der Blutbeutel. Wir brauchen es auch. So, meine Lieben, das war es aber auch für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Ich weiß, die Smendl sind immer kürzere Folgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.